Wir haben hier ein verlassenes Haus, oder wie das heißt, gefunden. Wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Penplatz, deswegen begutachten wir dieses verlassene Haus. Vielleicht finden wir dort einen Penplatz drin. Okay, reinkommt gut, Mann. So, guck mal, hier ist unser Schlafplatz für heute Abend, beziehungsweise für heute Nacht. Und genau hier, hier habe ich meinen Schlafplatz schon eingerichtet. Mein Bruder richtet seinen Schlafplatz gleich hier ein. Und ich habe hier schon drei Grableuchten angemacht, damit wir so ein bisschen Licht haben. Und irgendwas wollte ich sagen. Achso, achso, genau. Ich habe so einen richtigen Luftballonkopf. Und wisst ihr warum? Weil mein Kopf aus Luft besteht. Ich bin ein blauer Kokon und ich werde mich jetzt schlafen legen.